Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag, ein sonniger Sonntag hier in Bremen. Und ich hatte ja schon Anfragen, wann gibst du den Gewinner bekannt? Und das will ich mit diesem Video jetzt machen. Ich war gestern unterwegs filmen und habe in dem Film erwähnt, dass ich Anfragen habe, kannst du denn nicht mehr Coins verlosen? Und ich habe da eine Nacht drüber geschlafen und habe mich jetzt dazu durchgerungen, ja, ich verlose in diesem Monat drei Geocoins. Ich hole aus dieser Liste drei Gewinner. Ich bitte euch, mich anzuschreiben über euren Account bei YouTube. Ich bitte euch darum, Namen, Anschrift zuzustellen per E-Mail, damit ich weiß, wohin ich die Coins schicken soll. Und die Änderung für diesen Monat ist, ich habe mir überlegt, ich verlose drei Gewinner. Und die drei Gewinner sind bombastisch, fantastisch. Ich gebe zu, ich habe dich in meiner Abonnentenliste nicht gefunden, bis ich gemerkt habe, da steht ja drin, zeigt nur an die Abonnenten, die das öffentlich teilen. Das heißt, wenn du also Abonnent bist und nicht öffentlich das Profil ist, was du abonniert hast, dann tauchst du natürlich bei mir nicht auf. Aber schick mir trotzdem über deinen Kanal Name, Anschrift und dann schicke ich dir die Coin in der kommenden Woche zu. Der nächste Gewinner ist Klaas Bußdorf. Auch dich bitte ich, schreib mir über deinen Kanal und schick mir deine Anschrift zu, damit ich dir die Coin zuschicken kann. Und der letzte Gewinner von den dreien in diesem Monat ist Coding Force. Jo, einfach mal zuschicken dein Name, Anschrift und dann schicke ich auch dir die Coin zu. Für den nächsten Monat muss ich mir noch überlegen, welche Anforderungen ich an euch stelle. Das seht ihr dann im nächsten Video. Wenn ihr das erste Mal auf diesem Kanal seid und dieses Gewinnervideo gerade seht, ja, freue ich mich euch als neue Abonnenten begrüßen zu dürfen. Solltet ihr das Ganze auch noch toll finden, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch. Und gerne dürft ihr das auch in sozialen Medien teilen, weil ich möchte ja noch wachsen. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video. Ihr habt jetzt sieben Tage Zeit, nach dieser Bekanntgabe der Verlosung und nach Einstellen dieses Videos, euch zu melden und mir eure Anschrift zukommen zu lassen. Sollte das innerhalb dieser Zeit nicht passieren, werde ich das neu verlosen. Sollte das innerhalb dieser Zeit nicht passieren, werde ich das neu verlosen. Sollte das in dieser Zeit nicht sehr verschieden, werde ich dir schon. Das painter und der Zeit nicht viel talked zu werden.